Ja, Hallöchen liebe Freunde des schlechten Geschmacks, wir spielen einen Let's Play Quickly, mein erstes Let's Play Quickly. Und hiermit zeige ich doch mal allen meinen Usern, was ich von Call of Duty halte, nämlich gar nichts. Deshalb spielen wir auch das Parodiespiel Duty Calls, und zwar mit einem Druck auf die LED-Taste. So, hier sehen wir die wunderschöne Steuerungerklärung, Movement, Reload, Kontext, Action und sogar mit der Maus können wir erzielen. Eine sehr coole Einhaltung finde ich. Die Parodie, also das Ganze hier, eine Parodie auf... Hier ist dein Objektiv. Blah, 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 secret base. Blah, 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 plan. Blah, 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 nuclear missile bomb. Blah, 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 counting on you, utmost importance, win, good luck. Gut, das wollte ich jetzt gerade nicht, ähm, überspringen, also mit meinem Gelaber hier voll dünn, weil das war gerade das Intro. Ihr habt selber gehört, blah, 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 wichtiger Plan, blah, blah, nukleare Atombombe, blah, 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 wir zählen auf dich und so weiter, wie es halt in Call of Duty ist und dann hier, entering das wirkliche Kriegsszenario. Also gehen wir mal los hier, wir zum... Scheiße, Feind, alter, ah, Gott, scheiße, stirb! Ist er tot? Nein, verdammte Scheiße, er lebt noch, erstmal nachladen, das ist gut. Ruhig, nerven, nerven wir waren und um Necke! Bam, wir haben ihn! Master Sergeant Shooter Person! Yes! Master Sergeant Shooter Person, das war die Belohnung für unseren wunderbaren Kill hier. So, es geht weiter, oh mein Gott. Scheiße, Mann! Oh fuck, Alter! Gehen wir zurück, komm, der, der kommt bestimmt gleich um die Ecke, nee. Wir, wir, wir kommen ihm zuvor, wir stellen ihn jetzt hier, und zwar mit einem Boring. Boring, Boring! Yeah! Hast du gehört, Mann? Das war Boring, was du abgeliefert hast. Boring war das, Mann! So Boring, dass du sogar die Augen offen behältst. Yeah! Okay, weiter geht's. Shit! Stirb! Master Sergeant Shooter Sergeant Person! Heilige Scheiße! Wir sind so gut. Wir bekommen sogar surreal Ränge! Okay, hier sind wir sicher, hoffe ich. Was ist das? Breski, zu pick up. You have picked a small, meaningless stick, congrats! Yeah! Wir haben einen kleinen, unwichtigen Stock aufgesammelt. Super, was ist das denn? Hey, Fox Club Niner. I'm gonna point it you and say something serious to further develop the game's storyline. Oh, I'm dead. Shit, unser einziger Kamerad hier auf dem Feld. Ha, ha, ha. Ah, you cannot stop me, unless the game goes into slow motion for some reason and I become easy to shoot. Er ist einfach zu erschießen. Ich hoffe es. Yeah! Das haben wir gemeistert. Scheiße. Wir haben sogar einen... Rank up! Sergeant Sergeant Master Sergeant Shooter Person! Yeah, Alter! Ah, wir sind so gut. Weiter geht's. Das hier ist so realer... Scheiße! Master Sergeant Shooter Sergeant! Erkspert is up! Erkspert is extreme! Das ist der Zungenbrecher hier. Zungenbrecherregge! Wow! Scheiße, das ist... Der hat sich ergeben, oder? Ey, der ergibt sich. Komm, ich schieße den mal an die Waffe, oder? Hier, und zwar genau hier auf den Schaft. Und der kippt trotzdem um. Super! Das war ein Gewebeschock, nennt sich das. So, was ist hier? Das ist unser Ziel. Ich bin ein Paratrooper, weil das ist ein reales Leben-Warszenario. Du kannst mich nicht schreien, weil das ist eine Kitschene, um das Spiel zu machen, wie ein Film zu machen. Soon werde ich landen. Ich habe landet auf dem Boden. Okay. Bloody Screen! Scheiße! So real! Wir schleichen uns von hinten an. Nein, was machen wir nicht? Wir ignorieren ihn einfach. Können wir das? Sie hat eine Sache. Wir können ihn ignorieren, aber... Äh, oh shit. Was machen wir? Ja, wir können uns entscheiden, ihn umzubringen. Machen wir das? Sollen wir nicht umbringen? Ja. Boring. Du hast einen Gesichtsschuss bekommen. Scheiße, er ist unsterblich im Vampir! Ah! Aha. Gut. Schön. Wir haben 500 Seiten Papier bekommen. Wuhu! So! Ich habe eine graverlige Sprache mit einem großen, vollen Akzent. Ich habe einen Augenpatz und ich habe einen schönen Sait. Das bedeutet, dass ich der Liedler des Bad Guys. Ich habe eine nukleare Missilebombe. Ich werde nie eine nukleare Missilebombe geben. Gib die nukleare Missilebombe zu uns, Liedler-Emmy-Boss. Und dann schaue deine Hand auf. Okay. USA ist dominiert. Ja, Amerika hat den Tag gerettet. Wuhu! Ich habe die Nukleare-Missilebombe. Ich habe die Nukleare-Missilebombe. Ich habe die Nukleare-Missilebombe. S-Sit down. S-Sit up, S-Sit up! Come on, sweet baby! Booyah! Suck it! Oh yeah! Badouche! All right, bitch! Uh-oh. Oh yeah! I am full on! Kill with skill. Ja, Bulletstorms schon draußen. Das könnt ihr auch bei dem netten Kollegen Gronk angucken. Ebenso wie eine andere Version von Duty Calls. Und falls jetzt wieder die ganzen Weine reinkommen... Oh, das ist ja bloß von Gronk geklaut hier, Duty Calls. Nein. Und damit verabschiede ich mich mit einem wunderbaren... Bullseye Patch von euch. Wir sehen uns.